Doch dafür können wir hier nicht bleiben. Ein bisschen Gefühle zu mir nach Hause gehen. Da hab ich die nämlich im Kühlschrank stehen. Ja, bei mir ist doch alles rechte Handarbeit. Zu Cybersex bin ich nicht bereit. Dafür kennt man mich, von hier bis hier. Ich bin ein Typ, der schlacht wie Löwenzent. Will ich in meiner heimlichen Traum? Ich bin so heimlich. Das glaubt man kaum und mein Name ist OZI. Ich bin eure freundliche Fantasie. Ich bin so fantastisch, das glaubt ihr nie. Und mein Name ist OZI. Aber das wisst ihr ja schon sowieso.